Das wird auch reichen, also die anderen, es gab zwei Termine dafür, ich habe mich für den späten jetzt entschieden, nicht für den, der mitten in den restlichen Klausuren lag. Ja. Und von dem her, wir haben das auch teilweise mit relativ wenig Aufwand geschafft. Sollte ich das auch schaffen. Hast du alles verkauft? Wollen wir mal kurz. Was habe ich denn den Sua-Key eigentlich noch? Was ist denn das noch für ein Ding gewesen? Was für ein Key? Den, den, den Abwasserschlüssel. Ja, den wollen wir nicht mehr. Den brauchen wir definitiv nicht mehr. Ist der von, ist der von Atatla oder was? Der, die Abwasserkörner in Atatla. Also dann jetzt zum Palast oder wie? Genau. Treffen wir uns bei dieser Stadion da vom Palast wieder. So, ich bin mal gespannt, was sie für Wege suchen. Ja. Oh, ich dachte gerade, es leckt. Oh mein Gott, du hast eine Pause reingemacht. Keine Pause reingemacht. Oh, ich sehe. Doch, hast du. Wieder neu. Ja, das war automatisch hier. Ja, ich gucke da doch auch nicht unbedingt die ganze Zeit auf die Map. Badadu, 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 da. Seit hier war so kleine Elementare. Ein Sandgolem? Ein Kleingolem. Nee, Sand. War gut. Ein Sandgolem? Ich habe nie gesehen, bis jetzt im Spiel. Bin verwirrt. Bleiben wir noch kurz auf den Rest. Aber es gab 14.000 Erfahrungen. Müssen wir jetzt überhaupt zum Palast? Oh, Nalia kommt nicht. Oder müssen wir woanders hin? Wie viel Erfahrung es heute gibt, ey. Hübscher? Was? Müssen wir überhaupt da hin? Ja, in den Palast müssen wir jetzt. Sicher. Ja. Okay. Sicher. Alles klar, Nesh. Also, eigentlich. Hä? Ist die Tür bei dir auch da? Ja, aber ich kann auch durchlaufen. Mein Gott. Die nächste auch. Entschuldigung. Alles gut. Fühlt sich noch ein bisschen eklig. Weil der Trinko bestimmt noch mal eine Hardcore-Kampf. Irenikus, wir kommen dich holen. Irenikus, wir kommen dich holen. Ist der da drin jetzt schon? Nee, nee. Aber wir nähern uns ihm immer weiter. Ja, das ist klar. Der ist bestimmt schon ganz wild. Ah, der Baum des Lebens. Das ist der. Da können wir dran drehen. Ich wollte gerade sagen. Feinbar. Ah, dahinten geht es noch weiter. Ich wollte gerade sagen, es ist alles hier. Gut, gut. Was kann der Baum? Boah, das ist voll schön hier. The tree shimmers slightly as you look at it. A palatable feeling of magic. Bla, bla, bla. Oh ja, echt. Echt voll schön hier. Da hinten ist noch ein Brunnen, an dem wir drehen können. Hier würde ich wohnen. In a chunk of broken mortar on the side, it appears to have a piece broken off. You could look more closely if you wish to. Natürlich. Natürlich. Stoneheart. Ah, hier kann man diese Sachen noch hinten tun. Voll gut. Jetzt haben wir die Stadt... ...dönen wieder schön gemacht. Was ist jetzt? Ich weiß nicht. Werden wir alle sterben? Na. Dunkelheit? Hä? Ach, das ist halt jetzt irgendein Eingang freigemacht zu irgendwas. Und die Textur ein bisschen doof gemacht. Ah, jetzt ist der Brunnen weg und dafür sitzt so eine Treppe da. Ja, aber lass erst mal noch an den Baum drehen. Wann ist jetzt die... Wann ist jetzt der... Die Harfe, die wir da hatten? Ach, die haben wir das jetzt gemacht? Ja. Dann waren die auch wichtig, oder was? Scheinbar, ja. Okay. Der Baum kann nix, glaube ich. Ich hab schon dran rumgedreht. Ach so. Kann man weiter... Okay. Ich bin ruhig. Oh, ja, da gab's ein bisschen was. Und zwar Nüsse. Und zwar genug. Was können die so? Äh, Tree Life... Small Tree of Life Nut und Large. Keine Ahnung. Verteil die mal. Das eine ist, glaube ich, wie Heiltränke fast, so ein bisschen. Hab ich Gläse. Warte, jetzt gucke ich nochmal geschehen nach. Ähm... Ähm... Genau. Ah, genau. Die einen brauchen wir später und die einen heilen. Welche, die Small Tree of Life oder wahrscheinlich? Ich glaube, die heilen... Nee, die, die ich hab heilen. Die hab ich jetzt grad bei der Hira drin. Okay, dann müssen wir da hinten eh runter. Ich glaube, dann war das schon die Elfenstadt, ne? Das war die Elfenstadt. Jetzt geht's weiter. Oh, die Musik offen... Machen... Schade. Was? Was? Die Musik von Havel und Horn haben aufgehört. Ich hör die gar nicht. The way to the... Das steht da. The way to the area beneath the place is now open to you. Gut. Dann gehen wir da nahe noch. Sieh schon, sieh schon. Hast du noch genug Platz auf der Wäsche? Also momentan sieht's aus, als würde ich noch aufnehmen. Was lachst du da? Hä, was geht da jetzt grad? Grad sowas wie eine Zusammenfassung und Gruppen kuscheln. Achso, ist das sowas wie die Prüfung, ob die alle treu genug sind oder was? Bla bla, ja. Ja, das ist beim Rollenspiel voll wichtig. Ich folge dir wohl immerhin, ob du auch gehst, weißt du doch. Gott. Du hast sogar ein Bild. Die muss ja wichtig sein. Dann sucht du mir was aus. So, ich bin... oh. Well, he didn't. And now it's time for me to pay him back. I'm the last queen of Solon and Zala. Jonathan will have me at the center of the tree, trapped in a cage of corruptive magic. This is as far as I've been able to send my image. Next folie. Jonathan, the one you know is really good. He is drawing power from the tree of life into himself. There are parasites attacked to the tree, draining it for him. Parasits? Parasits? What manner of creeds are these? Okay, du machst das. One thing must be done. The parasites on the tree of life must die. Mm-hmm. Do that and I can sever John's connection to the tree. Then and only then might he be killed. I believe he has protected the parasites somehow. I don't know how. Hurry. Also wir müssen jetzt killen diese Parasiten. Jetzt hast du das nächste von diesem. Juhu. Yes, he has severed branches. Use the nuts. The nuts from the palace gardens. They will grow new branches on the tree. You can use them to cross. Ah, yeah. Do it quickly, child of Baal. If John Irenicus, uh, John drains, drains the tree of life, all of Sudha Nesala is doomed. And John will have the power that he graves. Please, you must stop him. Nee, ich weiß nicht, ob wir das machen sollen. Weiß auch nicht. Komm, 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 wir hören jetzt an der Stelle auf, oder? Ja, das ist was zu looten. Loot, loot. 29 Gold. Hammer geil. Also speichern mal hier, dass wir das Gespräch nachher nicht nochmal führen müssen. Da ist, äh, ein ganz schön großes Gebiet. Ja, diesmal, wo, oh Gott, wieder so Bäume, ich hasse es. Wir laufen einfach alles ein bisschen ab, keine Ahnung. Ja, aber ich glaube, hier sollten wir wieder vorsichtiger sein. Also eben, John Irenicus hat die, ähm, Königin von Sudha Nesala an den Baum gefesselt. Wir müssen jetzt hier so Parasiten töten, vier Stück, weil John Irenicus mit, äh, dem Baum irgendwie verbunden ist und somit Macht daraus erhält. Boah, guck mal, da unten ist so irgendwie ein Parasit. Okay, da kommt es einfach ein Feuerelemiter. Wow. Okay, vielleicht nicht nur einer. Ich finde sie so tier, ey. Ja, mittlerweile ist es echt nicht mehr feierlich. Das ist so unlustig. Gut. War gut? Noch mal kurz? Noch mal angreifen? Also, okay. Ja, wahrscheinlich schon. Nee. Ja, ist tot. Das passt. Wir kommen jetzt wahrscheinlich an jedem irgendwelche anderen Limitare. Ah, jetzt ist eine Nuss verschwunden, eine unserer kleineren. Voll gut. Muss man hier seine Nüsse abgeben, oder was? Nee, muss man hier seine Nüsse abgeben. Das ist aber hart, ey. Oh, Irenicus. Oh, hi. Okay. Na, John. Da können wir nichts mit ihm machen, weil er noch hier die Macht an sich reißt, wie man so schön sieht. Ah, ich freue mich schon so drauf, ihn zu töten. Oh, ja. Ah, schon wieder hat sich eine unserer Nüsse verabschiedet. Ich glaube hier ist Sackgasse, oder? Ja, da müssen wir da hoch. Ah, da hat er Sackgesackt. Oh, eklig. Wie die pubertierenden Kinder. Naja, klar. Männer werden nur drei und dann wachsen sie noch, weißt du es nicht? Äh, natürlich weiß ich das. Ich bin das beste Beispiel dafür. Die, 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 die. Ich habe voll viele Parasiten gefunden, die sind eigentlich schon fast einmal um die Karte rum. Links, links, links. Stimmt einer. Ich habe es den Morin. Vielleicht hätte ich mir nach meinem Morin gucken lassen. Ja, ich würde auch sagen. Da oben, da geht's auch Nach unten also, ah Andi, wir haben wieder Nuss Ah, da ist noch mal einer Der hängt aber komisch da Okay, Luftdelemente, war ja klar Einmal alle Ebenen durch, oder wie Das ist was ganz Neues Wow, sind die hart Schon Respekt Na doch, ist heftig Tschö Ah, ich glaube, nachher der Erenikus Yes, excellent, there's only one more That needs to be a story I can see this cage beginning to fade Once you kill the last parasite I will begin to sever his connection You need to come to the center of the tree Where Erenikus and I are quickly The energy has stoned from the tree While be torn from him I know not what effect this will have But John will be disoriented So must kill him quickly Finish it quickly, I feel the tree of life is dying John is drawing too close to his goal Ja, okay Ja, okay Hallo 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 Spiel Jetzt Speichern wir kurz Wir müssen da oben lang, ne? Da oben ist, glaube ich, noch Drei mal kurz, geh Ja, wir erkunden Ach, hier geht's auch Ach, jetzt wieder nur John Geht's da weiter noch dahin? Nee Nee, wir müssen oben wieder weiter Können wir den da vielleicht teabaggen Jetzt, wenn er in diesem Ding drin ist Teabaggen Ja Kannst du schreiten Na, das ist der nächste Hallo Na, Schnückelbubs Ich glaube, er wird nicht Jetzt kommen wahrscheinlich Erd-Elementare Sagst du ja nicht Nee Du kannst in die Zukunft schauen, ey Verrückt Ich weiß Ich weiß Ich weiß gar nichts Das ist ja verrückt Natürlich nicht Jetzt kommen gleich Irenicus Und gibt uns mega auf die Fresse Ich seh schon Dein Dieb kommt erst noch mal ne Stufe Das ist die dritte Stufe, der heute aufsteigt So, dann laufen noch einmal die Runde zu Ende, oder? Wenn's geht das Ja, jetzt steckst du erstmal ein Level auf Ja, chill nachher Ja, aber vielleicht ist es genau das Level, das Nachher dein Überleben sich hat und so, weißt du? Na, geht's auch noch weiter Was ist das da? Ja, aber dann geht's jetzt nur zu Irenicus Guck drauf The Stair is incomplete and let's nowhere Okay So, speichern So, ich steig meine Stufe auf Ja, und dann, ähm Ich weiß nicht, ob wir den ganzen Zirkus nachher brauchen, um den zu killen Oder ob der relativ easy wird Wir probieren's erstmal auf die Langweilige Art und Weise, oder? So Hm? Wir machen's erstmal so ohne großartig Vorbereitung, keine Ahnung Ich weiß nicht Nee, das ist Irenicus So ein bisschen würde ich schon machen Okay Treffen uns unten Äh, ich glaub So ganz easy wird das Definitiv nicht Es gibt nochmal Es gibt Greater Evasion Gibt's nochmal? Nee, hä, hab ich da schon mal Evasion? Ich bin verwirrt Egal Ja, ja, nix nice Ja, ja, ich weiß schon Uränischen nahe, da Bubbe leer, da unten Unten, unten Ich glaub, wir kämpfen jetzt eh noch nicht direkt gegen die Ist ja einfach zu einfach jetzt hier Doch, kämpfen wir Echt? Ja John Irenicus riecht nach Stuhl So, sammeln Gut, Schutzzauberorgie Aha Tobias, was war das? Ja, sorry Das war ein Gän, ich schäme mich Jetzt können wir wegen mehr auf ihn drauf gehen Okay So Wie mein Mauszeiger einfach nur aussieht Ja, was geht? Hä? Da hinten Ist die andere Okay Bring Minsk schon mal in Position Und den Rest auch Hä? Kannst du mit der reden? Nein, kann ich nicht Hä, was geht? Warte mal Eigentlich sollten wir doch Wenn wir jetzt einfach angreifen Komm, jetzt probieren wir jetzt mal Hä? Wir haben doch jetzt alles gemacht hier Bin auch verwirrt Ja, wir haben alle Parasiten Haben wir den letzten wirklich gekillt Oder haben wir vergessen Darauf zu klicken Das könnte sein Ah, verdammt Okay Ähm Mit deinem Charakter Okay Wir haben alle